Hallo und herzlich willkommen bei FelixHTGames, hier zu der ersten Runde One in the Chamber auf dem Kanal mit CuddleMedia, hallo. Hallo. Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Map, und zwar spielen wir Teachers. Halt deine Fresse, du hyperaktives Kindleiter. Ohne Witz. Mit deinem behinderten ADS. Und heute ist der drägelehrer der Revi, meine Freunde. Ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Map öfter sehen wollt. Simon, Rotpitz wartet auf dich, such ihn zuerst in deinem Haus. Laui, wenn man vom Teufel spricht. Hallo Panda, Panda. Randa, das ist ein Panda. Ja, da guckst du. Du kleiner Panda, ich schubs dich. Ich schubs dich. Kann man ihn ins Meer schubsen? Meer Panda. Ne, das geht glaube ich nicht. Man kann ihn nur so rumschubsen. Arme Panda-Beeren werden immer rumgeschubst. Panda. Panda. Und da ist Manuel dabei und er wird direkt von einem Zombie verkauft. Ich bin geschlagen. Hilfe, gib mir mal eine Waffe. Aber wieso denn? Ich schubs dich jetzt. Was? Und was ist denn hier los? Ich hab 13 FPS. Ey, der hackt. Ich hab doch nur dein Dach kurz ab und aufgedeckt. Ich hab nichts kaputt gemacht. Natürlich, du hast meine ganzen Sencultures auf dem Dach kaputt gemacht. Ich hab die nicht kaputt gemacht. Die sind alle kaputt gegangen. Ne, ich hab nur kurz das Dach wegguckt. Nein. Ja, 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 ja. Ich hab bloß eine psychische Illusion. Es ist Nightlife. Es ist Nightlife. Es ist Nightlife. Ich geh jetzt schnell zu Nightlife, der verschützt mich. Nightlife, wo bist du? Rotpilz. Du bist meine letzte Hoffnung. Rotpilz, komm schon. Hallo Nightlife. Bist du's? Ja. Hallo Nightlife, alles klar. Haha. Braunpilz schlägt zu. Such bei Gomme. Okay. Tim? Ja? Er ist eigentlich exportiert. Oh. Tatsache. Der geht mehr als ab. Der hat irgendwie schon, äh, vier, okay, fünf Kills. Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Runde Trouble in Minewall. So, willkommen zu Bobjohn spielt 1, 2, 3. Also 2? Nein, es ist 3. Ähm, äh, ich bin Trader. Und, äh, ich habe ein Schwert, ein Bogen und, äh, 32 Pfeile. So. Oh. Nicht Trader. Okay. Nein, also mehr Trader. Vortrag. Halt dein Referat. Halt dein Referat. Ah, tut mir leid, ich bin der Klassensstörungfried. Also. 1902. Du, halt deine Fresse, ich will kein Pottuch von dir hören. Nee, Kuba-Kräse. Halt deine Fresse, ich will kein Pottuch von dir hören. Halt deine Fresse, ich will kein Pottuch von dir hören. Ah, jetzt war das Gesicht dabei. Ah, jetzt war das Gesicht dabei. Hier bleibt, bleibt mal, hier bleibt hier. So. Komm. Ist das so? Vielleicht bei SUPRME? Nein. Hier ist auch nur Braunpilz, du Lappen. Habe mir eine Karotte genommen. Hoffe das ist kein Problem Kev. Ich glaube das gehört nicht dazu Der Tim, der geht schon ab Toll, jetzt Nein No Bitte, nein Okay, jetzt zerwickst er mich Weil 1 gegen 1 nimmt er mich nämlich jetzt hart auseinander Damit wette ich Oha, 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 oha Oder? Nein, oh nein, Tim, nicht dein Ernst, Alter Oh, oh, das war nicht noch knapp Ist doch echt zum Arschficken Und Spaß zum richtig krass nach vorne beugen Und sich dann topeln lassen Und jetzt bin ich schon wieder hier Ich glaube, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich durch Dann kommt, glaube ich, nichts mehr Boah, Leute, das ist jetzt richtig abgefahren, was hier kommt Nein Ich habe genau gesehen, wie du das richtig gemacht hast Ja, das war aber nicht absichtlich, Bram wegzuschlagen Sondern ich habe einfach wie wild auf meiner Maus rumgeklickt Weil ich mich so aufgeregt habe Boah, der Chris hat seinen Chili gemacht, ne? Ja Hast du ein Rezept gesehen? Ne Mit vier Liter Bier, vier Kilo Fleisch Vier Liter Bier, meine ich Echt? Da tut ihr da rein und verkocht das Ah, wie heißen denn nochmal die YouTuber, die das machen, die so ekelhafte Scheiße produzieren Und dann auch noch in rohen Mengen Das war aber lecker Die zwei fetten Typen da? Ja, natürlich sind die fett 1, 2, 3, 4, 4 Trajektor Punkte Und ich habe ein Oh Scheiße Oh Scheiße Oh, they've got arrows Run, 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 run Ehm Brother Ah, geil So So That's pretty hefty Round 1, 2, 3, 4, 5 5 5, 5, 5 5, 5, 5 Ok Was ist das da? Ist das auch ein Bär? Ich schalt mal aufs Schwert Bär Bär Schau mal her Bär Alter, der dreht mir immer seinen Arsch zu, das ist ekelhaft Diese Bären hier Der reibt sich schon wieder Noch ein Bär Ist das ein Mäusebär? Ach, da unten ist irgendwo eine Spinne Ja Ja Da muss ich jetzt die Lösung finden Sonst steht da tausendfach in den Kommentaren, man Stimmt Oh, da Nein Nein Warum heißt das denn keiner? Ich gebe jetzt einfach Burger ein Einfach, ich gebe jetzt einfach Burger ein Fragen mich Ja, dann kommt doch mein Video bestimmt von Android, oder? Hamburger Ist da was, Heiko, das? Nein, hier auch nicht Geh zu deinem Lieblings-Youtubern Serious? Stellt euch mal vor, ich wäre zuerst zu denen gegangen Und wie überall einfach so kleine Braunpilze hingestellt sind Also ist schon süß gemacht, muss ich schon sagen Aber wehe, das ist eine Verarsche Das wäre viel zu Du bist angekommen Krasses Rätsel Aber du bist zu spät Rotpilz ist tot Wehe Siehe selbst Oh nein, ich will da jetzt nicht reingucken Wenn der jetzt tot ist Rotpilz ist tot Ohhhh Kennt ihr das? Wenn ihr irgendwas Wenn ihr irgendwas erfahren Also wenn ihr irgendwas Wenn ihr nichts erfahren wollt Aber Hm Nein Wenn wir die Dreck hatten Da gibt es mehr Geld Alter, deine Frisse, Petrit, Alter Jemand ist am Lesen Und ich will leider nicht in der Augen Ich versuchte, dass du in Ziffern, Alter Aber hier steht eigentlich die ganze Zeit noch irgendwas von Irgendwas von Albanien und Scheiße und Toiletten, Alter Mein Bauch tut weh auf Leute Rotpilz? Rotpilz? Du bist es Rotpilz, du bist es Ich nehme alle Pilze mit Diese Schweine müssen leiden Dann einfach mal Bis zum nächsten Mal Und dann haut rein Ciao Und ja Ciao Leute Ciao Leute Das heißt Was ist eigentlich mit Rotpilz und Braunpilz geschehen? Okay Bis zum nächsten Mal Leute Haut rein und ciao